Auf geht's zu einer weiteren Runde. Das heißt, seine Tochter ist auch noch wach, er ist eingeschlafen. Das ist ja wie mitten in der Nacht. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Das Spaghetti geht doch immer. Schalte das Licht an. Ach, da hinten. Bettina, Alice und Todd. Schon lustig. Mein Job hat jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Was für ein Witz. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Sie versagen nie, sind nie müde, nie traurig. Sie sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Was klotzt du so? Was ist dein scheiß Problem? Wie kann man nur so zu seiner Tochter sein? Ist ja widerlich. Glaubst du vielleicht, das ist einfach? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Hör auf mit den Drogentoren. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die scheiß Schlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschisterten Buch einfach verlacht. Alles deine Schuld. Es ist alles deine Schuld. Alter Scheiße. Was ist das denn für ein Penner, ey? Komm wieder her. Komm wieder her. Komm sofort hierher. Alles arme Mädel, ey. Alles ihre Schuld. Alles ihre Schuld. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder es ist etwas wie letztes Mal. Die Schlampe ist einfach abgehauen. Es hätte schön sein können. Hört der Familie. Aber nein! Mir war egal, wie ich mich fühle. Ich sollte jetzt einfach stehen bleiben. Aber es war ja nicht genug. Ich war nicht gut genug für sie! Was für ein kaputter Typ, ey. Ich werde ihr Respekt beibringen! Ich werde ihr Respekt beibringen! Ich hoffe, er fällt gleich um. Dass ich dann zu dem Mädel hochkann. Ich hoffe, er fällt gleich um. Dass ich dann zu dem Mädel hochkann. Dir muss eine Lektion erteilt werden! Eine verdammte Lektion! Alter! Da guck ich nicht zu! Duh! 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 Schütze Ellis sehr gut, aber gut, dass jeder ausgebrochen ist aus dem Käfig. Schütze Ellis, zu deinem Besten, zu deinem Besten. Das reicht jetzt. Lassen Sie sie. Was soll das? Los, verbiss dich und zwar sofort. Verstanden? Nein. Lassen Sie Ellis sofort in Ruhe. Was soll ich? Du kommandierst mich um? Das kann gar nicht sein. Du bist nur ein verdammter Klumpenplastik. Ich glaube, du hast ein Problem. Das sollten wir beheben. Vater, Chara! Komm her, Mason Strick. Hör auf, Mason. Tu dir nichts! Du gehörst mir! Du tust, was ich sage! Alter. Heftig, heftig. Aber wir haben hier geholfen. Alice Kleiner. Alice. So, so. De-dead ist für Litz. Nein. Scheiße, rechst du langsam. Beste, hör auf! Stopp! Katerpater! Aaaaah... sehr gut, sehr gut! Das feier ich ja mal, muss ich sagen. Andrinin, die ihren Job macht. Katerpater! Ich hoffe, es ist nicht so programmiert, dass er das Jugendamt da anschalten kann. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!